Ich habe euch nach eurer Lieblingspizza gefragt und das waren eure Antworten. An alle, die Salami Pizza geantwortet haben, dazu kann ich halt nur sagen, das ist halt ein Klassiker. Das gehört einfach auf eine Pizza. Einfach 10 von 10. Pizza mit Pilzen. Um ehrlich zu sein, mag ich Pizza mit Pilzen nicht so. Das ist wie als würde man bei Mario Kart nur Münzen aus Itemboxen bekommen. 5 von 10. Schinkenpizza. Keine Diskussion. 11 von 10. Als nächstes bewerte ich Videospiele. Also schreibt gerne eure Lieblingsspiele in die Kommentare.